Die Top 5 Bürosets, entdecken Sie die besten Produkte. Ich habe das Leitz Büro Heftgerät und Locher Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das ergonomische Design sorgt dafür, dass ich mich beim Heften und Locher nicht unnötig anstrengen muss. Das Set ist auch sehr robust und hält bis zu 30 Blatt problemlos zusammen. Die schwarze Farbe und die Next Serie machen das Set auch optisch ansprechend und es passt perfekt zu meinem Büro. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und würde es jederzeit wieder kaufen. Ich habe das Novus Schreibtisch Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Heftgerät und der Locher sind einfach zu bedienen und haben eine gute Verarbeitungsqualität. In der Packung sind auch 1000 Heftklammern enthalten, sodass ich genug Vorrat für eine Weile habe. Die schwarze Farbe passt gut zu meinem Schreibtisch und macht das Set sehr elegant. Ich empfehle das Novus Schreibtisch Set jedem, der einen zuverlässigen Hefter und Locher braucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Leitz 5507 Locher und Heftgerät Bundle. Die blaue Farbe des Geräts sieht sehr schick aus und passt perfekt zu meiner Büroeinrichtung. Der Locher und Heftgerät funktionieren einwandfrei und die Qualität der Produkte ist sehr hochwertig. Das Bundle enthält auch eine ausreichende Menge an Heftklammern und einem Entklammerer als Bonus, was das Produkt noch wertvoller für mich macht. Insgesamt kann ich dieses Produkt sehr empfehlen für alle Menschen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Locher und Heftgerät sind. Ich bin begeistert von dem Bürozubehör Set in Roségold von Daisyside. Das Set enthält alles, was ich für meinen Schreibtisch benötige, wie Tacker mit Heftklammern, Tesafilmabroller, Mini-Entklammerer, Schere, Pinnadeln und Büroklammern. Das Set passt perfekt zu meinem Ästhetik-Dekor und ist sowohl funktional als auch stilvoll. Die Qualität ist ausgezeichnet und alles funktioniert einwandfrei. Ich empfehle dieses Set für jedes Büro oder Schülerzimmer. Ich habe das Metzger und Mäntle 65.460.461 Chrom-Set super gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Qualität des Hefter ist ausgezeichnet und ich habe bisher kein einziges Dokument verloren, da der Hefter gut und sicher hält. Das Chrom-Finish gibt ihm auch ein schönes Aussehen und macht es zu einem hervorragenden Accessoire für mein Büro. Ich werde auf jeden Fall weitere Metzger- und Mäntleprodukte in Zukunft kaufen. Alles in allem ist dieses Set eine großartige Wahl für jedermann, der nach einem zuverlässigen und stilvollen Hefter sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.